Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Hör zu, das ist vielleicht mein letzter Einsatz, aber ich werde Ihnen das Leben zur Hölle machen. Ich lasse mich nicht provozieren, nur ganz selten. Ich habe mal einem Typen ein Bein gebrochen, nur mit den Händen. Hallo allerseits. Warum machst du Lilies Sachen an? Fesselt er die Leute jetzt schon im Badezimmer? Mich jedenfalls zum ersten Mal. Hat es Ihnen gefallen, ne? Nicht übel. Morgen ziehe ich das Oberteil aus. Ich glaube, wir beide werden uns gut amüsieren. Sieh mal, wer da auftaucht. Jetzt wird's lustig. Aber jetzt sind wir zum Sieg verurteilt. Ned, zeig denen, was eine Hake ist. Die Bars! Die Bars! Ha, 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 ha! ARD Text im Auftrag von Funk